Hallo und herzlich willkommen bei Top Gadgets. Da der Winter kurz vor der Tür steht, haben wir für euch die 5 besten Gadgets für den Winter rausgesucht. Die vorgestellten Produkte sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Das erste Gadget für heute sind Winterhandschuhe von Callstale. Diese Handschuhe sind nicht nur touchscreen-tauglich, sondern auch zum Telefonieren geeignet. Ja, ihr habt richtig gehört. Man kann mit diesen Handschuhen tatsächlich telefonieren. Der rechte Handschuh verfügt nämlich über ein integriertes Bluetooth-Headset. Im kleinen Finger wurde das Mikrofon verbaut und im Daumen befindet sich der benötigte Lautsprecher. Außerdem sind am smarten Handschuh noch Knöpfe zur Lautstärkeregelung und ein Multifunktionsknopf angebracht. Der clevere Hingucker kann sich dank Bluetooth mit nahezu jedem Smartphone verbinden. Im Lieferpaket sind außerdem ein Mikro-USB-Ladekabel und eine deutsche Anleitung inklusive. Man bekommt die Handschuhe im Internet bereits für ca. 20 Euro. Wahrscheinlich kennt jeder von uns die Taschenwärmer zum Knicken. Sie sind wirklich praktisch und wärmen auch gut. Jedoch sind sie oft nach wenigen Minuten wieder kalt und mehr als Wärme spenden können sie dann auch nicht. Das nächste Gadget namens CSL kann aber mehr als ein gewöhnlicher Taschenwärmer. Und zwar handelt es sich beim CSL um einen Handwärmer mit Powerbank-Funktion. Der kompakte Handwärmer überzeugt mit seiner Leichtigkeit und ist somit ideal für Hand-, Jacken- oder Hosentaschen. Die Käufer berichten von einer sehr warmen Temperatur, die sogar über 5 Stunden anhält. Und als wäre das für einen Taschenwärmer nicht schon ein Kaufgrund genug, kann man auch noch sein Smartphone mit Hilfe des Gadgets aufladen. Außerdem sorgt ein eingebauter Überlastungs- und Kurzschlussschutz für maximale Sicherheit. Der 2-in-1-Handwärmer ist momentan auf 15 Euro reduziert. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Als nächstes wollen wir euch das Nano-Heatpad vorstellen. Dieses Gadget verhindert, dass eure Heißgetränke wie z.B. Kaffee, Kakao oder Tee kalt werden. Die Wärmeplatte sorgt dafür, dass euer Getränk stets eine angenehme Trinktemperatur von ca. 50 Grad Celsius hat. Damit das Nano-Heatpad eure Tasse aufwärmt, müsst ihr lediglich den mitgelieferten Stromstecker einstecken. Durch dieses Gadget werdet ihr euch nie wieder über kalten Kaffee beschweren. Besonders zur kalten Winterzeit ist das ein hilfreiches Gadget. Auf Amazon bekommt man die Wärmeplatte für ca. 30 Euro. Zur Winterzeit liegt man gerne zu Hause auf dem Sofa und schaut Fernsehen. Und damit man sich wohlfühlt, kuschelt man sich oft unter eine Decke. Jedoch gibt es ein Problem. Sobald man seine Hände benutzen will, um z.B. zu essen, zu trinken oder zu zocken, kann die Decke ganz schön nervig sein. Aus diesem Grund haben Designer eine TV-Decke mit Ärmeln entworfen. Die TV-Decke mit Ärmeln hält einen rundum warm, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. So kann man, obwohl man in einer Decke eingekuschelt ist, trinken, essen und lesen. Selbst die Füße bleiben dank der Fuchstasche ebenfalls dauerhaft warm. Die eingearbeitete Brusttasche mit separater Handytasche bietet ausreichend Stauraum für wichtige Dinge, wie Smartphone, Tablet, Fernbedienung und vieles mehr. Die Fließdecke ist in stolzen 12 verschiedenen Farben hältlich und kostet 18 Euro. Das letzte Gadget für heute ist eine Wintermütze von Sharoon. Diese Mütze ist aber keine gewöhnliche Mütze, sondern eine Kopfhörermütze, welche Kälteschutz und Musikhören miteinander vereint. Mit der Mütze kannst du also deine Ohren vor Kälte schützen und gleichzeitig deine Lieblingsmusik hören. Das eingebaute Mikro mit Echo und Geräuscheunterdrückung sorgt für kristallklaren Klang und das hochwertige Material der Mütze sorgt für einen angenehmen Sitz. Das Musikstreaming ist mit allen vorstellbaren Bluetooth-Smartphones kompatibel. Darüber hinaus verfügt die Mütze noch über eine Freisprecheinrichtung. Dadurch kann man mit der Mütze sogar Anrufe entgegennehmen und zuletzt gewählte Rufnummern anrufen. In der Mütze ist ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku verbaut, welcher dafür sorgt, dass man mehrere Stunden Musik hören und telefonieren kann. Die Kopfhörermütze von Sharoon kostet ca. 30 Euro. Zum Schluss wollen wir uns noch bei Illuminatic bedanken. Illuminatic hilft uns seit einigen Wochen bei der Erstellung von Thumbnails. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus, wenn ihr witzige und unterhaltsame Videos feiert. Welches vorgestellte Produkt fandest du am besten? Schreib es uns in die Kommentare. Vergiss außerdem nicht dieses Video zu bewerten und unseren Kanal zu abonnieren. Wir bedanken uns für deine Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal. Ciao! Ciao! Ciao!